Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Vielen Dank. So, und bei der Ersteilung, weil ich doch Marsch umdrehen zu den Zuschauern ist, und ja, das habe ich jetzt ein bisschen zu spät gesagt, ich bestreche die vier zu den Zuschauern und anhalt, die anderen marschieren daneben auf. So, jetzt noch mal vorsichtige Vorschlüsse, weil es da auch los wäre. Applaus Beide Platz, Wertlode 7,8, Minimo Seifan auf Naomi, sie kommt auf Ludwigburg Oswald. Applaus Beide Platz, auf Rittplatz haben wir zwei Reiterinnen mit 7,7, eine Reiter oder eine Reiterin, Dennis Spitz und die Karola Kostlenko. Sie kommt aus Spiegelingen und der Dennis kommt aus der Jungenberg. Vielen Dank. Applaus Und dann haben wir noch zwei künfte Plätze, auch mit einer guten Version von 7,5. Ingrid Kohlmann, sie kommt aus Eigentlichens und Julia St어야 된 کا Ausfall, Herr Whitman, herzlichen Glückwunsch. Applaus 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 So, jetzt noch den Schritt anreiten, ich glaube, wir lassen es dazu, wenn die Kinder da drüben sind. Mal anreiten, den Schritt. So, jetzt los, weil eure Pferde mal riecht. So, jetzt die Tür aufmachen und die Pferde gleich in den Pfand nehmen. Nochmal herzlichen Glückwunsch an eigentlich alle. Und dann kommt die nächste Achtung. Tür bei A, bitte aufmachen.